Sicherheitserstoßstufe reichen. Sicherheitserstoßstufe reichen. Sicherheitserstoßstufe reichen. Sicherheitserstoßstufe reichen. Sicherheitsverstoß zu verreichtern. 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 ally, leIKTB-WOLBEN ist auch noch ein. Ausatmen! Ich sehe jetzt auch nicht nach oben kommen. Ich sehe ihn jetzt. Vorsicht, Granate! Werfen, Granate! Your next weapon. Wim Hof ist weg. Ich bin die Kale. Sie ist weg. Ich bin die Kale. Ich bin die Kale. Geh, Leute! Aufpassen! Wie kann er noch am Leben... ...dass ich mich schreitze? Geh, Leute! Geh, Leute! Geh, Leute! Aufpassen! Geh, Leute! Ich schreibe ihn jetzt von der Seite an! Es klappt! Hör auf! Ab dich! Ich seh dich! Verstanden! Ich schreibe ihn! Ich schreibe ihn! Ich schreibe ihn! Ja, ich schreibe ihn! Ich schreibe ihn! Sicherheitsversturz von Falsch! Evakuieren Sie die Anlage! Beraten Sie in Ruhe! Erinnern Sie sich an den Ausbilden! Um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten, wird der Rat auf den Weg in den Augenblick abzahlt! Dies ist Ihre Tretung ab! Das ist die Anlage! Ich schreibe ihn! Ja, ich schreibe ihn! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Sieh an, sieh an. Ein Terrorist will meine Lieferungen stoppen. Was ihr nicht versteht, meine Lieferungen kommen immer an! Sieh an, sieh an! Sieh an, sieh an! Sieh an, sieh an. Das ist Ihr Stomach. Das ist Ihr Haar-White. All right, Captain Cowboy. Roger. Das ist Ihr buddy-boy, Klaus Kroos. In der Fahrrad in der London-Nordiger. Roger. Find your way down to the Viking Lodge, and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London-Nordiger is opening fire! I think they are shooting at you! I've seen the sun set on five different continents. This does rise off the surface of the moon. I'll... all fight Wolverine. And I'll see you all time. But all I want... is to see you again. Daylight. Cold.